Die Jury für das Kennerspiel des Jahres hat ihre erste Entscheidung für das Jahr 2021 getroffen. Die Nominierungsliste und die Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres stehen nun fest. Auf der Empfehlungsliste finden sich vier ganz unterschiedliche Titel. Als einziges Zwei-Personen-Spiel sticht Riftforce heraus. Durch eine Mischung aus Zufall und Draft-Mechanismus erhalten die Kontrahenten vier Fraktionen, mit denen sie ins Duell ziehen. Dadurch hat man jede Partie einen unterschiedlichen Mix an Fähigkeiten zur Verfügung, den man effektiv einsetzen muss, um als erster die Zwölf-Riftforce zu sammeln. Daneben ist Eons End ein kooperatives Spiel, bei dem die Spieler als Rissmagier die letzte Zuflucht der Menschen gegen einen Erzfeind verteidigen müssen. Im Kern steht ein Deck-Building-Mechanismus, allerdings werden die Decks nie gemischt. Besondere Spannung kommt durch eine zufällige Zugreinfolge zustande, bei der auch zweimal pro Runde der Erzfeind an die Reihe kommt. Wasserkraft verlangt von den Spielern bereits viel ab. Doch ist der Wasserlauf und vieles andere durchaus berechenbar. Die Ungewissheit kommt durch die Mitspieler, die ebenfalls an denselben Stauseen bauen wie man selbst und das gleiche Wasser zur Energiegewinnung abzapfen wollen. Ein elegantes Spielsystem, das dazu einlädt, mehr oder weniger gewollte Synergien mit den Mitspielern einzugehen. Gloomhaven, die Pranken des Löwen, ist wieder kooperativ und ein sogenannter Dungeon-Crawler. Die Spieler kämpfen sich also mit Helden in einer Fantasy-Welt durch ein Verlies und wollen dem Bösen den Garaus machen. Dieses Genre ist klassischerweise sehr komplex, aber Gloomhaven, die Pranken des Löwen, kommt mit einer Losspielanleitung daher, die den Einstieg so einfach wie möglich hält. Über fünf Szenarien hinweg werden die Spieler in das Steuern ihres Helden, ins Erkunden und Kämpfen eingeführt, ohne dass die ersten Aufgaben zu simpel oder zu langweilig sind. Anschließend steht den Spielern die komplette Welt von Gloomhaven, die Pranken des Löwen, offen. Die Nominierungsliste zum Kennerspiel des Jahres umfasst weitere drei Titel. Die Ruinen von Arnak ist ein Mix aus klassischen Mechanismen. Ein bisschen Deckbau, eine Prise Worker-Placement, ein Hauch Ressourcen-Management und ein wenig Engine-Building und vieles mehr. Dies wurde hier alles sehr elegant auf ein Brett gebracht. Paleo bringt einen ganz neuen kooperativen Mechanismus mit sich. Jeder Spieler hat in jeder Runde ein zufälliges Deck aus Entdeckungskarten. In jedem Zug stehen einem die nächsten eigenen drei Karten zur Verfügung. Die Rückseiten geben dabei nur grobe Hinweise, in welche Gegend die Karte einverschlagen wird. Gleichzeitig aber abgesprochen, wählen die Spieler je eine dieser Karten und müssen dann mit den Ereignissen klarkommen. Zum Glück gibt es oft die Option, einen Mitspieler bei einer Aufgabe zur Hilfe zu eilen. Fantastische Reiche hat die kleinste Schachtel bei den Kennerspielen und besteht nur aus ein paar Karten. Doch die haben es in sich. Man hält stets sieben Karten auf der Hand und versucht, diese Kartenhand zu optimieren, indem man eine Karte zufällig oder über die gemeinsame Auslage austauscht. Jede Karte bringt dabei unterschiedliche Boni oder Strafen mit, die meist stark mit den anderen Karten auf der Hand korrelieren. Zum Spielende sollten die sieben Handkarten möglichst punkteträchtig zusammenpassen. Welches Spiel den Kritikerpreis Kennerspiel des Jahres 2021 erhält, steht noch aus. Die Verleihung findet am 19. Juli 2021 in Berlin statt.